Hallöchen, Jungfrau. Na, dann lass uns doch mal gucken, was die Woche hier noch schön ist auf dem Programm steht. Uh, drei der Kelche. Na, sehr schön. Es wird ein bisschen leichter. So, hier darf auch mal die Freude ein bisschen Einzug halten und hier darf man vor allen Dingen auch mal, ähm, ja, fünfe gerade sein lassen, um hier letzten Endes mal auch nach vorne gehen zu können. Na, da bin ich doch mal gespannt, was hier noch so interessant werden könnte. Hopsala. Was haben wir hier Feines? Was wird hier noch interessant? Interessant. Die Sechs der Münzen. Na, gucke da, schau an. Es geht um den Ausgleich. Es geht darum, auch den Ausgleich, ähm, sich selbst zu erschaffen. Okay, das ist interessant. Also hier darf man auch selber noch mal ein bisschen die Ärmel hochkrempeln. So ein bisschen kneift es noch. Und mit den Pagen der Münzen und dem Page der Stäbe, ja, bahnt sich hier jetzt schon das ein oder andere an, wo man hier schon mal langsam, aber sicher in eine neue Richtung gehen darf. Okay, das ist interessant. Und gerade auch mit dem Pagen der Stäben ist es halt auch das Thema der Leichtigkeit. Natürlich nicht zu naiv an hier bestimmte Sachen rangehen, sondern auch, ähm, ja, das gewisse Maß an Ernsthaftigkeit nicht vergessen. Doch hier sind schon mal die ersten Schritte in eine leichtere Zeit, vor allen Dingen auch, ähm, dann zu sehen. So, die Gerechtigkeit auf den Pagen der Münzen und auf den Pagen der Schwerter. Also so ein, die eine oder andere Lernaufgabe spielt ja auch noch eine Rolle. Auf den Pagen der Stäbe kommen die Neuen der Schwerter. Natürlich Kopfzerbrechen, ja. So frei nach dem Motto, wann wird es denn hier mal wieder leichter? Wann, naja, hält denn mal die Leichtigkeit Einzug? Da ist es halt immer nur die Frage, wenn die Leichtigkeit aktuell nicht gegeben ist, warum oder andersrum, was macht es denn aktuell so schwer? Und da eventuell mal gucken, ob man da noch irgendwie was verändern kann, beziehungsweise auch sich ein bisschen Ballast von den Schultern nehmen kann. Okay. So, zack, acht der Münzen, drei der Münzen, neun der Kelche, naja, perfekt. Und auf die neun der Schwerter kommen die neun der Münzen. So, Thema Unabhängigkeit und das heißt der Schwerter auf der Unterseite. Sprich, hier geht es auch noch mal darum, ja, Klarheiten zu gewinnen, auch vor allen Dingen sich selbst gegenüber hier auch mal ehrlich zu sein und auch zu sagen, okay, pass mal auf, ne, also hier vielleicht ist das ja auch mal so eine Sache, dass ich hier mal so noch ein bisschen mehr wachsen darf, ne, das ist halt so das Ausschlaggebende. Die sechs der Münzen, die acht der Münzen und die drei der Münzen. Hier mal wieder das Thema Münzenergie und noch und nöcher. Sechs der Münzen, da geht es um den Ausgleich, um das Geben und Nehmen, dass das natürlich dementsprechend stimmt. Und mit den acht der Münzen ist es halt der Punkt, dass man aktiv daran arbeitet und eben nicht quasi locker lässt. Denn hier dürfte sich die ein oder andere Gelegenheit bieten, beurig und leidenschaftlich sich in eine Richtung, in Bewegung zu setzen. So, das ist halt der Punkt, ne. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es hier innerlich schon, dass man hier innerlich schon so leicht aufgewühlt ist, so dieses Gefühl von, okay, ich weiß, dass da was kommt, ich kann es halt nur noch nicht so komplett greifen. Also die Energien in dem Sinne sind halt schon da, man ist schon ein bisschen aufgeregter und man weiß, dass was passiert. Es ist halt nur die Frage, wann. So, und hier geht es dann eben darum, sich eben ein, naja, relativ stabiles Fundament dann aufzubauen für genau diese Situation, wenn es dann soweit ist und das Ganze hier dann um die Ecke kommt schlussendlich. Und das wird passieren und zwar früher als gedacht. Mit den drei der Münzen geht es darum, hier Teamarbeit, Zusammenarbeit, neue Projekte auf die Beine stellen. Auch nochmal das Thema, ist auch relativ witzig, dass mir das jetzt mal so kommt, von wegen hier auch mal andere mit einbeziehen und deren Meinung berücksichtigen. Also nicht nur im Sinne von, okay, jetzt hier komplett was Neues auf die Beine stellen, indem man zusammenarbeitet. Nee, es geht hier eher so um das Verfeinern, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Dass man hier mit dem Blick oder mit einem anderen Blick anderer Menschen hier dann doch nochmal so eins, zwei Dinge hier sichtbar werden, die man so nicht auf dem Schirm hatte und da kann man dann hier den Hebel ansetzen, um letzten Endes hier nochmal eine Verbesserung reinzukriegen. Okay. Der Page der Münzen, die Gerechtigkeit und die Neuen der Kelche. Und da geht es eben genau um das Thema der Wunscherfüllung. Der Page der Münzen ist halt hier von wegen, ja, meine rückwärtsrende Schildkröte. Kann natürlich sein, dass man hier schon ewig und drei Wochen an einem Projekt dran hängt. Und dementsprechend wird sich das Ganze hier dann auch jetzt so umstellen, dass man hier auch nach vorne gehen kann. Dass hier die erste, dass hier quasi erste Früchte der Arbeit ja sichtbar und greifbar werden. Und dementsprechend kommt es hier auch wieder zu einer gewissen Balance. Also sprich, hier kann man, wie ich es im Vorfeld schon gesagt habe, dass man hier selbst dafür sorgen soll, dass hier die Dinge auch ein bisschen mehr in die Balance kommen. Und hier präsentiert sich dann quasi diese Möglichkeit, um genau das eben zu erschaffen. Und mit der Gerechtigkeit haben wir dann den Punkt, dass man hier auch erstens mal eine Entscheidung trifft, dass man hier nochmal Nägel mit Köppen macht. Hier gerade auch für die Neuen der Kelche. Und dass man dann auch wirklich diese intrinsische Motivation an den Tag legt, beziehungsweise halt auch so dieser Bums wirklich von innen kommt, jetzt hier seine Neuen der Kelche einzufordern, beziehungsweise halt auch, dass man sich darauf zubewegt. Das ist ja immer so eine Sache. Man kann das so Larifari irgendwie mal dahin sagen, dann hat man aber weniger so die Motivation beziehungsweise den Antrieb. Wenn das Ganze aber von tief drinnen kommt, dann sieht das Ganze schon anders aus. Da ist man dann wirklich in der Lage, hier irgendwie Berge zu versetzen oder auch Wände einzurennen. Das geht dann ganz schnell. Mit den sechster Schwertern auf der Unterseite ist es auch wieder das Thema, des Umdenkens und neue Wege gehen. Also hier auch vielleicht mal das Ziel an sich ins Auge fassen und sagen, okay, da möchte ich hin. Und dann mal überlegen, okay, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, dieses Ziel zu erreichen? Weil es ist ja nicht nur ein Weg. Und auch nochmal an der Stelle berücksichtigen, wenn schon andere diesen Weg gegangen sind. Vielleicht mal zu gucken, ob man hier an der einen oder anderen Stelle sich was abgucken kann, beziehungsweise in dem Moment sich ein bisschen Weg spart. auch nochmal durch die Erfahrung von anderen, die hier wichtig wird. Das ist halt so der Punkt. Der Page der Stäbe, die neun der Schwerter und die neun der Münzen. So, da haben wir es natürlich von wegen das Thema mit dem Selbstwert. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es hier auch darum geht, dass man sich auch bis dato ein bisschen zu ernst genommen hat. Also, so ganz will die Leichtigkeit hier noch nicht reinrutschen. Und ich habe das Gefühl, dass es hier mit den neun der Münzen im Selbstwert auch begründet ist. So frei nach dem Motto, okay, man will sich hier nicht blamieren. Man möchte kein schlechtes Bild abgeben oder sonst was. An der Stelle ist es dann immer die Frage, ja, okay, wen interessiert es so wirklich, weißt du? Also, klar, man kann sich jetzt stundenlang darüber den Kopf zerbrechen, wie man zum Beispiel bei anderen Menschen ankommt. oder man lässt es einfach und macht sein eigenes Ding. Was weiß ich, man könnte jetzt auch sagen hier, ja, blamier dich einmal am Tag, dann hast du es hinter dir. Und dementsprechend, so what? Es geht hier darum, wirklich in die Leichtigkeit zu kommen und diese neun der Schwerde eben loszulassen. Und da darf man dann auch mal realisieren, dass man hier vor allen Dingen mit den neun der Münzen in das Thema nochmal, oder andersrum, dass man sich das Thema der Unabhängigkeit nochmal anguckt und halt, wie schon gesagt, von wegen Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz und dass man hier wirklich mal auf die Meinung, nicht auf die Meinung, aber das, was andere von einem denken, dass man da mal wirklich drauf scheißt. Wenn man jetzt hier sagt, okay, ich brauche hier vielleicht mal so ein bisschen Input, was zum Beispiel die Arbeit angeht oder irgendwelche Projekte, dann sollte man sich natürlich immer ein bisschen Rat einholen beziehungsweise immer mal so gucken, wie ist denn das Feedback. Nur wenn es so die persönliche Ebene angeht, ja, das kann einem doch im Endeffekt egal sein, ganz ehrlich. Klar, es ist schwer, es ist verdammt schwer, erstmal so an diesen Punkt zu kommen, doch danach stehen hier quasi alle Türen offen, das ist halt so das Schöne und mit dem Ass der Schwerter kommt hier auch definitiv die Realisation darüber rein beziehungsweise dann auch hier Klarheit, neue Impulse, die auch ankommen möchten und die dann auch dementsprechend umgesetzt werden möchten. Okay, So, dann gucken wir doch mal, was könnte denn dann hier blockieren? Was könnte denn dann hier blockieren? So, gucken wir mal rein. Was kriegen wir hier für Impulse? So, da haben wir den Hierophant, aha, die vier der Stäbe, aha, und die neun, äh Quatsch, die zehn der Schwerter, nicht die neun der Schwerter und acht der Stäbe. Habe ich jetzt gesagt, zehn der Schwerter? Nee, knapp daneben ist auch vorbei. Jetzt muss ich auch gehen, Scheibenkleister ist das anstrengend. Deswegen, ich bin normalerweise putzmunter und jetzt in dem Moment, wie ich die zehn der Stäbe schmeiße, fange ich an zu gehen. Also da ist halt, ja, ziemlich belastend. Das kann ich mir mehr als gut vorstellen, wenn man hier vor allen Dingen auch die ganze Zeit seine eigenen Werte vernachlässigt. Das ist halt so der Punkt. Wenn ich hier bestimmte Werte habe beziehungsweise bestimmte, ja, Vorstellungen davon, wie es ablaufen sollte, beziehungsweise auch Thema Verhaltensweisen oder sonst was, dann sollte ich halt eben dranbleiben und sollte das Ganze umsetzen. Und wenn ich Menschen um mich drumherum habe, die quasi meine Werte mit Füßen treten, naja, dann sollte ich dann doch vielleicht mal einen gesunden Abstand dazu nehmen, so dass man hier auch wieder in die eigene innere Stabilität kommt. Darum geht es ja auch. Denn wenn ich hier auf meine Werte pfeife, wie will ich dann im Inneren stabil sein und wie will sich das dann im Außen zeigen? Das wird ein bisschen schwer. Zehn der Stäbe ist dann auch so dieses Thema, sich jedes Thema annehmen und hier versuchen, hier, keine Ahnung, es ist allen und jedem recht zu machen. Bringt halt natürlich null Punkte. Außer, dass du dich irgendwann selber irgendwie kaputt aggerst und dass du dann irgendwann keine Kraft und Energie mehr hast, bringt das halt eben null Punkte. so und mit den Acht der Stäben wäre hier eine Vorwärtsbewegung angesagt, also sprich auch hier diese Belastung hinter sich zu lassen und auch gegebenenfalls hier zu kommunizieren. Wenn man denn sagt, okay, pass auf, ich habe hier, weiß ich nicht, eine To-Do-Liste, die ist länger als die chinesische Mauer. Ich kann zur Zeit nicht, ich würde gerne, aber ich kann es nicht, also auch das Thema des Nein-Sagens und ja, wenn man das eben nicht macht, dann kann es hier durchaus doch schwierig werden. So, was haben wir denn hier noch? Was ist denn dann hier der Tipp? Fupp. Also durch und durch eigentlich eine sehr schöne Legung, auch verdammt positiv im Sinne von Akzentnisse und Klarheit, die hier um die Ecke kommt. So, was ist denn jetzt hier der Tipp? So, was kriegen wir hier Schöners? Wo darf hier die Reise hingehen? So, Hupsala, na, 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 keine Lebensgeschichte, hier nur so 1, 2 und dann sind wir schon gut unterwegs. Na, das sind doch, glaube ich, passenderweise 3, da haben wir schon die 9 der Kelche auf der Unterseite und da haben wir auch noch mal das Thema der Heilung mit den 4 der Schwertern. So, was haben wir denn hier Feines? Königin der Münzen, der Tauer, der König der Schwerter und die 2 der Stäbe. Aha. Und die 9 der Münzen auf der Unterseite. Also hier ist es halt auch der Punkt, man darf sich ja auch mal klar machen, okay, ja, wenn ich halt nur mal, Hupala, wenn ich nur mal halt meine Wünsche haben will, dann ist es halt auch in der Zeit gewisse Dinge hier eben umzustellen und dementsprechend darf man dann halt auch vorwärts gehen. Gut, das ist halt natürlich ein bisschen doof, dass das jetzt gerade so blendet. es geht hier darum, in den Selbstwert zu kommen, auch mal zu überlegen, okay, welche Ressourcen stehen mir denn eigentlich zur Verfügung oder generell, welche Mittelwege und Möglichkeiten habe ich denn? Spätestens damit, also dass man dann hier auch in den König der Schwerter-Modus geht, dass man auch ein bisschen rational an Dinge rangeht, kommt hier auch noch mal so der ein oder andere Umbruch mit dem Tauer um die Ecke und spätestens dann steht man hier halt vor der Wahl. Dann hat man hier zweimal das aus der Stäbe als Chance auf den Tisch und dann geht es halt darum, okay, welchen Weg möchte ich jetzt einschlagen? Möchte ich hier weiterhin, ja, sage ich jetzt mal mit den alten Sachen durch die Gegend gucken oder möchte ich halt was Neues? Möchte ich neue Wege gehen? Und dementsprechend darf man sich dann halt entscheiden und das Ganze angehen. Da wird es dann halt witzig. Und in diesem Sinne lasse ich das so stehen. Ich wünsche dir natürlich eine richtig schöne und erfolgreiche Woche. Alle Infos zu mir im Kanal findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten gerne teilen, liken, abonnieren und ich würde mich freuen, wenn du Dienstag oder Donnerstag im Live vorbeiguckst, 19 Uhr bzw. 19.30 Uhr. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, halt die Ohren steif. Tschüssi.